So, der Vergleich von Polyethylen, Polypropylen und Polybuten, nur damit das rauskommt. Ich hatte das eben schon mehrmals angedeutet, aber ich will es nochmal klar hier in der Übersicht haben. Wichtig ist dieses Teilchen hier. Das wird nämlich hier hier zu und hier wird das hier zu. Wir merken uns außerdem gerade nochmal Polyethylen. Ethen hatte zwei Kohlenstoffatome, ich mach mal zwei C. Chemiker schießt mich nicht tot. Und Propan hatte drei Cs und Polybutan hatte vier Cs. Und wir sehen, dass das quasi immer weiter runterrutscht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Pentan haben, Pentan hat fünf Cs, dann wird das Ding einfach weiter runterrutschen. Hier kommt dann einmal so eine HCH-Dings mit rein. Das ist auf jeden Fall eine Art, wie man das sehen kann. Und wenn wir uns dann nachher, man kann natürlich jetzt sagen, ja ich will das lieber hier so sehen. Das ist ja eigentlich Butan fast hier. Ich will mir das lieber so einkreisen. Der Grund, weshalb ich dieses Blaue mache, ist, wenn wir nachher uns Styropor angucken und PVC, dann wird das wichtig. Es ist immer dieser Teil hier, der sich irgendwie ändert. Der Rest ist immer so verkettet. Und da ein Ein-Minuten-Video ein bisschen zu kurz ist, scrollen wir mal hier runter und gucken uns das nachher, gucken uns erst mal als nächstes Styrol an. Polystyrol. Polystyrol habe ich vorher noch nie gehört, aber als dann stand Styropor, dann wusste ich, was gemeint ist. Okay, jetzt guckt man auf Wikipedia und dann steht da sowas hier. Liebe Wikipedia, ich bin ein Nicht-Chemiker. Wenn ich auf Wikipedia gucke, was Polystyrol ist, dann weiß ich nicht, was dieser Kreis hier bedeutet. Vermutlich. Habe ich mir gedacht, als ich das Ding aufgerufen habe. Ich male das mal ein bisschen ausführlicher. Okay, ist ein bisschen schief geworden. Aber ich denke, ihr wisst, was gemeint ist. Es ist also einfach so ein Ring aus Cs. Wichtig zu merken, da sind jetzt keine Hs dran. Wie sieht das jetzt in der Kette aus? Und das geht hier immer weiter. Auch hier geht das immer weiter. Bis es irgendwann zu Ende ist. Nicht unendlich, gell. Und dieser Ring ist jeweils immer hier dieses Kohlenstoff-Monster-Ding. Das ist Polystyrol. Was ist jetzt Styropor? Der echte Name für Styropor ist EPS. Laut Wikipedia, expandiertes Polystyrol. Ich schreibe es nicht hin. Expandiertes. Ich mache jetzt das L mal Klasse, so dass man es erkennt. Expandiertes Polystyrol. Und was ist Styropor? Styropor ist... Ist eigentlich nur ein Markennamen. Sowas wie Tempo. Und zwar gehört es zu der BASF. Oder gehörte. Oder gehört immer noch. Einfach gesagt braucht man jetzt die Erlaubnis der BASF, um sein Produkt Styropor nennen zu dürfen. Kennt ihr eigentlich noch jemand von den Videokassetten früher? Ich werde alt. Okay. Aber wir wollen uns auch das Ding hier mal oben im Vergleich angucken jetzt. Dann sieht das so aus. Und wir sehen wieder hier an der Stelle... Hat sich einfach nur... Also an dieser Position hat sich was verändert. Und das gesagt... Also wir sind eigentlich damit fertig mit Polystyrol. Aber was ich eben gar nicht gesagt habe, ganz vergessen, Entschuldigung dafür. Was ist denn jetzt eigentlich Polystyropor oder expandiertes Polystyrol? Weiß ja jetzt auch keiner, wenn ich das einfach so sage. Das ist einfach nur Polystyrol mit Luft. Also Polystyrol plus Luft ist gleich EPS. Liebe Chemiker, vergesst das. Deswegen kann man diese Kügelchen vom Styropor ja auch so zusammendrücken. Aber gut. Vielleicht mache ich hier nochmal so ein Double hin. Nächster ist PVC. Jetzt kommen wir endlich weg von der organischen Chemie. Poly, das ist Poly, Vinyl, Chlorid. Ich will es nicht komplett auseinandernehmen. Wir wissen, Poly ist viel Kettig. Vinyl, weiß ich nicht, warum das Vinyl heißt an der Stelle. Chlor, weil da Chlor drin ist. Und It, Entschuldigung, It, Chlorid. Chlorid hört sich ja fast an wie It. Das darf man nicht verwechseln. Denn Chlorid hat auch eine Suffix-Bedeutung. Aber ich kann da keinen Sinn draus lesen. Deswegen sag ich in diesem Video nicht. Guck das einfach nach. Okay, wir wollen uns nicht zu lange aufhalten. Das ist wieder dasselbe Pattern. Wir wollten Muster sagen. Ich wollte Muster sagen. Und wir haben hier einfach nur Chlor. Weil es ja Chlorid ist. Und das ist einfach in der Kette. So. Und damit können wir uns auch hier oben das Ding nochmal weitermachen. PVC, das Ding, was früher benutzt wurde oder vielleicht immer noch, um so eine Art Plastikteppiche zu machen. Da ist Chlor drin, ja. Viel Spaß, wenn das verbrennt. Und für alle, die es nicht wissen, warum ich eben was von organisch oder anorganisch gesagt habe, das ist, weil Chlor ist nicht mehr in der organischen Chemie. Wenn mich nicht alles täuscht. Okay, wir neigen uns dem Ende. Und zwar, als nächstes kommt PUR. Nein, nicht die Band, sondern Polyurethan. Ich habe das eigentlich nur mit drin, weil ich das schon öfters gehört habe. Und ich dachte, vielleicht habt ihr das auch. Und wir machen das zusammen mit PA. Das war schlecht. So. Polyamid, das hat man, oder habe ich auch schon mal öfters gehört, habe ich das Gefühl. So. Wir wissen auch hier wieder, es ist so eine Polykette. Und ich gehe da nicht genauer drauf ein. Und wir haben hier Uretan, eine Kette aus Uretan und hier eine Kette aus Amid. Das Problem, warum erkläre ich das nicht? Ich würde es gerne erklären, aber das ist relativ kompliziert. Und dann enden wir wieder dabei, dass man sich einfach nur Namen merkt für irgendwelche Formeln. Das sieht ein bisschen komplizierter aus als das. Das hat dann viele Restgruppen und sowas. Das kann sich eh keiner merken. Wir merken uns einfach nur, Polyurethan ist irgendwas aus Uretan. Vielleicht merken wir uns noch, dass Uretan ein Bezeichner ist für ein Ester. Wer sich das merken möchte. Mehr sage ich mal nicht dazu. Wir gehen wieder ein bisschen runter. Okay, dann haben wir noch das sehr berühmte PET. Huh. Wer hat sich das Wort ausgedacht? Ich schätze mal Polyethylenterephthalat. Ich hoffe, das trifft es einigermaßen. Wir haben also Poly, wir haben Ethylen, das haben wir vorhin schon gelernt. Dann haben wir Derephthalat. Das ist Derephthal mit A hinten dran. Das ist an wie Salat. Und zwar, da will ich eigentlich auch nicht weiter drauf eingehen, weil da kann sich auch keiner merken. Aber wir wissen einfach nur, das ist von der Terepthalsäure. Und Art, wenn man das jetzt nachguckt mit den Suffixen, also Nomenklatur wieder, dann heißt das, dass das drei Sauerstoffatome sind. Drei O, ich mache mal O hin. Wo die sind, wie die sind, weiß ich nicht. Ich sage es einfach mal nur. Vielleicht. Ich schreibe mal so ein vielleicht dazu. Sollte man auch nachgucken, weil die Chemie macht auch gerne Ausnahmen. Zum Beispiel weil, hört sich geil an oder so. Okay, aber PET ist jetzt so berühmt. Das wollen wir uns unbedingt mal angucken, wie da die Formel für aussieht. Da könnten wir eigentlich auf die gucken, aber ich könnte es auch einfach kurz hier aufzeichnen. Bam. Kann sich eh keiner merken, oder? Was wir sehen, ist dieser Ring hier. Das sind auf jeden Fall ganz viele Kunststoffatome. Aber es ist auf jeden Fall viel zu kompliziert. Wir merken uns PET. Das sind Flaschen. Cool. Fertig. Auch Plastik. Was man sich noch merken kann, das müssen wir uns kurz vormerken. Und zwar ist das ein Polyester. Polyester kennen wir schon. Man hört ja auch schon so oft, dass aus PET-Flaschen irgendwie dann Polyesterkleidung gemacht wird. Da kommen wir jetzt drauf. Die Abkürzung PS für Polyester. Was ist eigentlich Polyester? Und Polyester ist nicht PET. Aber PET ist Polyester. Also wir sehen hier, wir nehmen das auseinander. Wir haben hier Poly. Das heißt, wir haben irgendeine Kette aus irgendwas. Und wir haben hier Ester. Was zum Teufel ist ein Ester? Ich will mich da jetzt gar nicht auf dünnes Eis begeben. Also irgendwas mit Ester sind irgendwie so verknüpfte, so verklebte Verbindungen quasi. Was wir uns merken bei Polyester ist, dass es nicht ein Material ist. Das ist der wichtige Punkt. Sondern Polyester beschreibt eine Gruppe an verschiedenen Materialien. Also deswegen habe ich gerade gesagt, PET ist Polyester. Aber es gibt auch noch andere Sachen, die auch Polyester sind. Also Polyester beschreibt eine Menge. Das hier ist Polyester. Das ist auch Polyester. Das ist auch Polyester. Das auch. Das auch. Also es gibt viele Stoffe, die sind alle Polyester. Wichtig ist beim Polyester, was macht etwas zu einem Polyester, ist die Eigenschaft, dass ein Ester drin ist. Auch, wir scrollen kurz ein bisschen hoch. Auch in diesem Teil hier ist vermutlich irgendwo ein Ester drin, wenn man weiß, was ein Ester genau ist. Also Polyester ist nicht ein Ding. Polyester ist nicht sowas wie PP. Ist nicht sowas wie PE, Polypropylen. Oder Polypropan. Polypropylen oder Polyethylen. Das ist echt schwierig. Sondern Polyester sind verschiedene Sachen, können verschiedene Sachen sein. Eigentlich hat das wahrscheinlich jeder verstanden, nachdem ich es gesagt habe. Egal, Entschuldigung für die unnötige Erklärung. So. Puh. Dann sind wir eigentlich auch schon durch. Ich scroll mal ein bisschen runter. Sind wir eigentlich auch schon durch mit dem Video. Ganz am Ende nochmal ein Thema zum Ethen. Habe ich mich vorhin nicht getraut einzufügen, weil ich sowieso schon so viel gelabert habe. Und zwar merken wir uns nochmal Ethen. Wir gucken uns nochmal an. Entschuldigung, Ethan. Gucken wir uns nochmal an. Nicht Ethen. Weil der Alkohol ja besonders die jungen Leute so fasziniert. Ethanol. Ethanol ist das, was man typischerweise als Alkohol versteht. Und da sieht man schon Alkohol. Ethanol, alles was Ol hintendran hat, ist alles ein Alkohol. Und zwar aus dem Ethan gemacht. Das sieht dann nämlich so aus. Man sieht also einfach nur, dass eine H hier ist zu einem OH geworden. Ethanol. So, ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe mal wieder, ich habe mich zu sehr verwirrt. Fragen und Anmerkungen bitte in die Kommentare. Wo auch sonst hin. Wenn ihr Korrekturen habt, zum Beispiel zu dem Thema 1 oder so, was ich eben nochmal hatte. Lasst es mich wissen. Ich schreibe es dann in die Videobeschreibung. Und ganz am Ende noch was in eigener Sache. Ich hasse das eigentlich, aber ich würde es gerne. Ich muss es hier mal einfügen. Und zwar habe ich jetzt eine neue Technik. Normalerweise benutze ich immer PowerPoint. Okay, langsam. Also, falls du, falls ihr ein anderes Video von mir schon gesehen habt, dann werdet ihr feststellen, dass die anderen mit PowerPoint gemacht sind. Vielleicht werdet ihr das feststellen. Diesmal habe ich das nicht benutzt, sondern diesmal habe ich so ein Ding benutzt, wo man so rumscrollen kann. Die Frage an euch ist, welches von beiden ist besser im Grunde? Das ist die Frage. Oder ob alles beides gleich ist. Also, das würde mich einfach mal interessieren. Wenn ihr da eine Meinung habt, schreibt es ein bisschen in die Kommentare. Zur Not muss ich nochmal rumgucken, ob ich nicht nochmal sowas wie PowerPoint finde. Vielen Dank fürs Schauen.